Musik Hier stimmt der Werbeslogan. Wer im Schlaf- oder Liegewagen unterwegs ist, gewinnt den Tag. Egal ob Urlauber oder Geschäftsreisende, Städtetouristen oder Politiker. Wer spät abends abfährt und ausgeschlafen morgens ankommt, spart Zeit, Nerven und Geld für Hotel, Flug und Taxi. Außerdem kann man im Nachtzug herumlaufen, im Speisewagen noch ein Bierchen trinken. Aber halt! All das will die Deutsche Bahn nicht mehr. Sie hat die Speisewagen im Nachtzug abgeschafft, das Streckenangebot von Jahr zu Jahr ausgedünnt, die Fahrzeiten durch aufwändiges Rangieren an Knotenbahnhöfen verlängert und jetzt sollen die Verbindungen nach Dänemark und Frankreich sowie die Ost-West-Verbindung nach Amsterdam gekappt werden. Zürich, Italien, Prag, Warschau und Amsterdam, München, Zürich. Mehr soll nicht übrig bleiben von Europa. Warum? Weil die DB AG seit den Planungen für einen Börsengang nicht mehr genug investiert hat und weil den DB-Chefs der Profit wichtiger ist, als die Verpflichtung des Grundgesetzes, dem Wohl der Allgemeinheit auch im Bahnfernverkehr Rechnung zu tragen. Wer Artikel 87e Grundgesetz ernst nimmt, muss die Nachtzüge erhalten. Am Potsdamer Platz war die Stimmung heute deutlich schlechter. Vorm Sitz der Deutschen Bahn gab es Protest. Denn abends in Berlin ins Bett gehen, morgens im Ausland aufwachen, das war einmal. Nachtzüge ade. Die Bahn streicht auch die Routen nach Paris, Amsterdam und Kopenhagen. Offiziell zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember. Doch das Aus für die Buchung ist deutlich früher da. Schon ab Ende Oktober fährt kein Nachtzug mehr von Berlin nach Kopenhagen. Protest der Beschäftigten bei der betroffenen Betriebsgruppe der Deutschen Bahn, denn sie fürchten auch um ihre Stellen. Ab Mitte Dezember soll dann auch kein Nachtzug mehr nach Paris und Amsterdam fahren. Die Auto-Reisezug-Verbindung nach München ist bereits eingestellt. Die Fahrzeuge werden nun getrennt mit dem Autotransporter befördert. In den letzten Jahren haben wir eine klare Tendenz ausgemacht, hin zu Billigfliegern, hin zur Nutzung des ICE-Tagesangebots. Das heißt, leider sind immer mehr Menschen umgestiegen auf andere Verkehrsmittel. Und die Auto- und Nachtreisezüge haben in den letzten Jahren zweistellige Millionenverluste gemacht. Auch wenn der Komfort im Schlafwagen natürlich nicht groß ist, manche Passagiere nehmen das gerne in Kauf, denn der Billigflieger ist für sie keine Alternative. Also es gibt zum einen Passagiere mit Flugangst, die dann notgedrungen bei uns reisen, aber eben auch welche mit Herzschrittmachern, anderen medizinischen Einschränkungen, die Flugverbot haben. Keine Nachtzüge mehr in einige europäische Hauptstädte. Die Fahrgäste heute am Hauptbahnhof nicht begeistert. Man kann sich da ausruhen. Also ich finde es bedauerlich, dass das eingestellt wird. Ich kenne viele Bekannte, die eben nach Südfrankreich reisen oder in andere Destinationen und diese Möglichkeit genutzt haben bislang. Je weniger eingestellt wird an der Bahn, desto weniger ist auch auf der Straße. Trotz zu weniger Passagiere auf den Strecken von Berlin aus ist der Nachtzug, so die Deutsche Bahn, kein Auslaufmodell. Mit den eingesparten Zügen sollen andere Nachtzugstrecken deutschlandweit aufgestockt werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017